Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Sonntag, heute ist der 6. August, es ist 10.17 Uhr und ich merke, dass ich hier an diesem Rechner eigentlich auch so langsam eine Brille vertragen könnte. Ich weiß nicht, wo ich die mir frisch geholt habe, war mir das eigentlich zu krass. Mittlerweile, beim Arbeiten, benutze ich die jetzt schon sehr häufig und man merkt schon, dass die Augen sich ein Stück weit daran gewöhnen, diese Unterstützung zu erfahren durch so eine Brille. Ob die jetzt dadurch schlechter werden oder ob die sich wieder umorientieren würden, wenn man ohne Brille wieder arbeitet, weiß ich nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass die Kopfschmerzen dadurch weniger werden. Ja, deswegen setze ich die jetzt wahrscheinlich beim Streamen auch vermehrt auf, um halt das Bild klarer zu haben. Die Texte in Videospielen sind meistens groß genug, aber der linke Bildschirm oder der Chat, da hilft das vielleicht auch noch ein bisschen meiner Verwirrtheit entgegenzuwirken. Ja, es ist Sonntag. Ich bin um 8.30 Uhr wach geworden. Von selber, ohne Nachbarn oder so, also wirklich von selber. Ich habe dann angefangen, die Folge 9 von Strange New Worlds, zweite Staffel, zu gucken. Die Musical-Folge ist großartig, also es ist echt cool. Nach dem Crossover mit Lower Decks dachte ich mir schon, haben die sich viel getraut, aber das ist ja wohl mal der Oberhammer, Star Trek mit Musical zu verbinden. Und die haben alle gute Stimmen, die können super singen, also es ist Wahnsinn. Ja, dann habe ich währenddessen meinen Trampolinsport gemacht, habe jetzt Kaffee aufgesetzt, Milchschaum aufgesetzt, war baden, mache jetzt meinen täglichen Vlog, werde dann frühstücken und die Folge weiterschauen. Ja, und heute nach dem Stream, der ja heute um 16 Uhr endet, nicht wie gestern um 18 Uhr, bin ich nach einem Antrag in schriftlicher Form mit dem Buff verabredet, mir die Dokumentation von Michael J. Fox auf Apple TV anzuschauen. Wir haben gestern nochmal ausprobiert, es gibt irgendwie gerade wieder zwei Monate kostenlos, auch für Rückkehr bei Apple TV. Und bei mir war ja immer das Problem, das hat mit den Keys nicht so wirklich funktioniert. Vielleicht hat jetzt auch einmal bezahlen geholfen, dass man einen Monat bezahlt und jetzt wieder kostenlose Schlüssel verwenden kann. Weil ich habe ja wirklich gefühlt ein Jahr lang immer kostenlos, da mal drei Monate, da mal sechs und irgendwann war das, glaube ich, das Maß voll. Und jetzt haben sie einmal sieben Euro bekommen von Max, der mir das gedonatet hatte in dem Stream. Ja, und das hat vielleicht jetzt die Kette durchbrochen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann ich jetzt wieder zwei Monate kostenlos Apple TV gucken. Und beim Buff hat es auch funktioniert und wir hatten schon die Michael J. Fox Doku vor ein paar Wochen entdeckt und wollten die immer mal zusammen gucken. Vorm Stream passt es jetzt natürlich zeitlich nicht mehr rein, aber wie gesagt, beantragt es 16.30 bis 18.00 Uhr und ich glaube, das funktioniert soweit auch ganz gut. Ja, die Kinder sind wach am Toben, es trampelt und hüpft hier nebenan wieder. Sei ihnen gegönnt, das ist auch schon halb elf von daher, oder kurz vor halb elf. Ja, Stream, Guardians of the Galaxy, wir haben gestern sechs Stunden gespielt, sind jetzt in Kapitel sechs oder sieben, ich weiß es nicht, von 16 insgesamt. Der Stream endete gestern gegen den Kampf gegen zwei sehr stark gepanzerte Gegner, Brüder sind die anscheinend. Und da habe ich mir ein bisschen die Zähne ausgebissen, habe gesagt, so, wir verlegen es auf morgen, also heute. Was heißt, um 12 Uhr geht es direkt mit Fratzengeballer los. Dann habe ich gestern nach dem Stream noch ein bisschen Sport gemacht, das, was ich heute vor dem Stream gemacht habe. Sport, Trampolinspringen, ne? Also ich merke aber, meine Beine sind ganz schön stabil dadurch, durch das Trampolinspringen. Also die sind schon, wenn ich die anspanne, dann platzt die Hose. Und dann habe ich mir das Essen gemacht und habe gestern den dritten Guardians of the Galaxy Film geguckt. Der ist ja auf Disney Plus jetzt seit ein paar Tagen verfügbar. Und ich fand es super, ich habe vorher das Spiel gespielt und danach zweieinhalb Stunden, den geht ja, glaube ich, Guardians of the Galaxy geguckt. Und es war ein guter Film, hat mich sehr gut unterhalten, hat ein bisschen die Geschichte von Rocket beleuchtet, was mit ihm so passiert ist, wie er eigentlich entstanden ist. Und ja, war eine schöne zweieinhalb Stunden. Und dann war es irgendwie um 10, glaube ich. Und dann bin ich nochmal an den PC, wollte eigentlich selber spielen, aber bin dann mehr oder weniger am Stream gucken, hängen geblieben, habe ein bisschen dem Endo bei Subnautica zugeschaut. Und irgendwann um 11, halb zwölf, bin ich dann ins Bett gegangen. Ja, und heute um 8.30 Uhr wieder wach geworden. So, ansonsten gibt es erstmal nichts weiter zu berichten. War ein fauler Samstag gestern, wird auch ein fauler Sonntag heute. Jetzt erstmal frühstücken. Und der Crew von der Enterprise zuhören, wie sie weiter sich durch die Episode singt. Das ist großartig. Vor allen Dingen, sogar das Intro haben sie a cappella gemacht. Die Musik vom Intro. Also, großartig. Gut, ich wünsche euch was. Habt einen schönen Sonntag. Lasst euch nicht ärgern. Lasst euch nicht auf den Kopf rumtanzen. Und vielleicht bis später zum Streamen. Und ansonsten bis morgen beim nächsten täglichen Vlog hier auf diesem YouTube-Kanal. Morgen muss ich mich auch mal wieder rasieren. Heute noch nicht. Aber morgen. Morgen wieder. Tschüss. 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 Tschüss.